Hallo, mein Name ist Let's Play TV Germany, wir haben um 1.40 Uhr morgens am Sonntag, den 13.03 Uhr, eine Geisterleuchtung bekommen. Wir wollen das Wikipedia-Spiel spielen. Für die, die es nicht kennen, ihr werdet es gleich kennenlernen. Mit dabei ist Lucien. Ja, hallo, Ole. Monster. Yo. Ich kann deinen Namen immer noch nicht aussprechen. Tinibe, hi. Nein, Tinibe ist noch da, Yannick ist noch da. Hey. Und R3, ich kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir leid. Renéfi. Renéfi. Ja. Renéfi ist aber, glaube ich, nicht da. Richtig. Dann werde ich Renéfi aus der Konfigur kennen. Ja, wie seht, ihr seid, wir sind super vorbereitet hier. Es ist eine spontan Langeweile-Option um 1 Uhr, um fast 2 Uhr morgens. Oh, er schreibt, er schreibt, er schreibt. Ja, lassen wir ihn mal noch irgendwie. Ich war da. Ich bin jetzt in der Aufnahme hier, jetzt ist kein Zeit für Schreiben. Ja, wir fangen an mit dem Wikipedia-Spiel und die Liebe, das, das liebe Kuschelmonster ist dran mit einem Begriff aussuchen, das, den wir finden müssen. Also. Okay, ganz schwer. Ganz schwer. Gastritis. Ach du Scheiße. Gastritis. Wollen wir mal rein. Alter, in welchem Bereich ist das? Äh, fängt mit N an und endet mit N. Ja. Ja, toll. Also, wenn wir das Spiel nicht kennen, wir müssen auf Wikipedia alle auf zufällige Artikel klicken und müssen uns jetzt da durchklicken und irgendwie auf Gastritis kommen. Dieser Name ist sehr, ja. Es ist eine Krankheit. Ich weiß. Gut. Aber bei David Deutsch komme ich da nicht so wirklich hin. Ähm, kann ich mitmachen? Bei Mara Linge. Ja, ja, wir, wir suchen ein komisches Wort, such einfach mit. Ähm, kann ich mit. Ja, wie ihr seht, Leute, wir sind super vorbereitet hier. Ja. Wir haben das alles vorhin durchgesprochen, wir haben das geplant bis ins kleinste Detail, dass es für euch das Angenehmigste ist. Ähm. Das ist so scheiße hier. Ich vergesse den Namen schon, weil der Gastritis ist. Ja, ich bin, wo bin ich? Ich bin bei New York City. Ich bin irgendwas mit Pillen oder sowas. Leute, was ist eigentlich, wenn, wenn man hier, wenn hier steht bearbeiten von, also dass ich einen Artikel schreiben soll. Ja, da kannst du ihn verändern, kannst du ihn verändern. Nein, ich kann, da, da ist noch kein Artikel. Ach so, ja, da kannst du zurückgehen, natürlich. Ähm. Wo bin ich jetzt? Ja, da haben wir ein. Ries Pankis, was ist das? Also ich versuche erstmal hier rauszukommen. Santa Fe, was mache ich in Santa Fe? Ich bin in Italien gewesen. Das kann dauern. Ähm. Bevölkerung, Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft. Ähm. Ja. Bei Kouverneur finde ich sicher irgendwas von wegen Gastritis. Also ich hab schon mal Tiere. Das muss nur noch mit Menschen kommen. Hat nichts mit Tieren zu tun. Das muss nur noch mit Menschen kommen. Ja, ich weiß, ich suche jetzt Menschen. Gesundheit. Ich bin bei der typischen Provinzen. Lebenserwartung, mediterrane Rauchverbot, übergewichtige Leute, Italiener, Lebenserwartung. Super, das weiß ich wieder. Madagaskar. Ach, das ist ja echt nicht. Ähm, zu erwarten, Lebenserwartung. Ähm. Ich bin schon bei Symptome. Medizin. Ähm. Ja. Ich bin in Deutschland. Ist das... Nein, ich bin nicht in Deutschland. Noch nicht ganz. Ich bin im Deutschen Kaiser. Krankheiten. Wirbeltiere. Kann man kurz einer schreiben, wie die wirklich heißt? Damit ich auch weiß, wonach ich suchen muss. Ich bin im Deutschen Reich. Ja, da weißt du Bescheid. Für die Sicher-Gastritis. Deutsches Reich. Ich wollte eigentlich von Deutschen Reich jetzt irgendwie auf Deutschland kommen. Ja. Ich habe Deutschland gefunden. Ey, das wäre rassistisch, einen Link zu posten, der direkt nach Deutschland führt. So. Ähm. Jetzt bräuchte ich hier. Ja. Postest du mal kurz hier den Namen der Krankheit? Ich meine, du hast ja gesagt, was wir da rausfinden sollen. Ja. Ah, Gastritis. Ah, das ist ja... Jetzt wisst ihr, was Let's Player machen, wenn ihnen langweilig ist. Ich hänge also zu 60% meiner Schulzeit auf Wikipedia. Ey, wisst ihr, was das Tolle ist? Ich bin bei Hepatitis B, das heißt, das wird schon mal ganz leicht zu diesem Hepatitis B. Ich bin schon nah dran, aber auch nur ganz, ganz knapp. Von Deutschland musst du irgendwas Medizinisches wegführen. Oder habt ihr in Deutschland keine Medizin? Ja, Viren. Ich habe Viren. Gesundheit. Medizin. Ich bin bei Gesundheit. Ja, ich bin sehr nah, ich bin sehr nah dran. Ähm. Ich bin bei Gesundheit. Ich bin schon bei Organ. Ich bin bei Gesundheit. Ich bin schon mal bei Viren. Bin ich jetzt auch. So. Also Pflanzenorgane will ich nicht wissen. Da, Wirbeltiere, genau. Ja, Wirbeltiere und dann musst du zu, irgendwie zu... Ich sag mal, wie kommst du von... Gesundheit, hier. Äh, Ärzte, Apotheke. Ich bin im Verdauungstrakt. Ich bin sehr nah. Patienten. Warte mal, das ist ein scheiß Ding im Verdauungstrakt. Ja. Gastro bedeutet Magen, also das ist ein Verdauungsapparat, wie auch immer das scheiß genannt wird. Bei Herztransplantation. Also ist das kein Virus, sondern, ähm... Doch, Krankheit oder sowas. Eine Entzündung. Ja, genau. Aber Entzündung wird auch meistens durch Bakterien gemacht. Ja, hat sich dieses dumme Wort ausgesucht. Ist das Ending, sag ich jetzt einfach mal, von, ähm... Krankheiten... Ist das, äh, eine Mikrobiologie? Also ist es das... Ja, kann man so sagen. Gut. Kann man so sagen. Du bist ja sehr optimistisch, was das angeht. Ich mach's ein bisschen schwer. Du machst das ein bisschen schwer. Ja, toll. Du weißt ganz genau, wovon du redest und tust uns mal irgendwo hinjagen. Hauptsäure, wir machen das mal. Ich vertraue euch, Leute. Ich vertraue euch. Ich bin bei Steroiden. Oh. Ich bin bei Krankheiten. Du bist echt sowas von nah. Das glaubst du nicht. Ich bin bei Gallensäure. Ich komme immer näher. DNA. Ja, von denen anderen auf dem Körper. Degenerative Krankheiten. Mehrzeller, Einzeller, Viren. Was wollt ihr denn jetzt? Ein Pilze. Ach, Gastralraum. Da bin ich auch schon mal. Nein, was ist das denn jetzt schon ein Scheiß? Dass mir irgendwie die Seine abgeschmackt. Ich bin bei Leber. Ich bin bei Speichel. Leber, Leber. Ich verarbeite mich immer mehr Richtung Magen. Gut zu wissen. Schleimpelz. Ey, bei denen haben wir doch irgendwo... Ja, ich bin bei Magen. Ich bin bei Magen. Ich bin bei Magen. Schleimhaut. Scheiße. Krankheit. Da, Krankheiten. Das ist richtig. Hier muss doch mal irgendwo ein Link zu dem Scheiß Mensch sein. Oder Mensch. Autoimmun-Krankheit. Ich habe Krankheiten. Magen der Wiederkäufe. Das interessiert mich natürlich sowieso. Es gibt hier wirklich bei DNA gibt es keinen Link. Ich bin bei Magen. Schleimhaut. Mensch. Da war ich eben auch, aber da findet man nichts. Super. Toll. Bindergewebe. Was ist mein Bindergewebe? Okay, jetzt bin ich wieder bei Hepatitis B. So, Impfungen, Antikörper, Leberzirrhose. Gut, dann sind wir schon mal bei Leber. Gastritis irgendwo überhaupt eingetragen? Ja. Gute Frage. Ich meine, woher ich das habe. Ja, war ja klar. Du bist oft zufällig gegangen und dann hast du das gefunden. Und dann, ah, das suchen wir jetzt. Wisst ihr das? Ich hänge sehr oft auf Wikipedia rum. Ich habe Gastritis. Echt? Seht ihr mich verarschen? Unter Autoimmunkrankheit, dann unten bei Erkrankungen und chronische Gastritis. Ja, Leute, wir haben acht Minuten gebraucht, um das Wort Gastritis in Wikipedia zu finden. Was würden, da ist schon der Beweis, was würden wir heute ohne die Suchfunktion machen? Wir würden uns sinnlos durch Wikipedia, Google und Co klicken, um ein Video oder einen Link zu finden. Das einzigste, was wirklich klar ist, ja, das muss man hier mal klarstellen. Es wäre einem nicht langweilig beim Suchen. So, wir machen an dieser Stelle jetzt eine kurze Pause. Es wird wahrscheinlich jetzt gleich dann noch ein zweites Spiel im Anschluss kommen. Wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye.